Also schaut mal, eine Stimmgabel funktioniert so, indem sie sich in die Richtung bewegt. Ich hoffe man sieht es, kann ich ein Stück näher kommen. So, vielleicht vor das blaue Hemd mal zu halten. So, die macht diese Bewegung und das müssen wir auch mit unseren kleinen Stimmgabeln erzeugen, dass die in diese Richtung schwingt. Und dazu, um die Gabel richtig zu erregen, nehme ich sie zwischen Daumen und Zeigefinger hier unten am Griff. Das ist ganz wichtig, dass ich sie hier anfasse. Und dann muss ich ja diese Bewegung in die Stimmgabel bringen. Wie mache ich das am besten? Nehme den Handballen, schlage an und dann schwingt sie.